Also für mich bedeutet die EU sehr viel. Ich komme noch aus einer Zeit, wo ich Deutschland ohne die EU kenne, wo man stundenlang an der Grenze warten musste, wo man, und ich wohne in NRW und da ist Holland nicht weit, wo man an der Grenze noch Geld wechseln musste. Wenn Deutschland die EU verlassen wäre, das wäre eine Katastrophe. Überlegen Sie mal, der Tourismus, die Wirtschaft, alles was damit zusammenhängt, das ist so ein großer Erfolg. Auch die Verbrüderung unter den Ländern untereinander würde verloren gehen. Deutschland darf die EU niemals verlassen.